Mit einem 3 zu 2 Sieg der Eisbärm Berlin startet für die Eisbärm Berlin die DEL-Saison 2020-2021. Die verkürzte DEL-Saison in einem spannenderen, anderen Format, als man das bisher gewohnt ist. Ich habe das Spiel entspannt von zu Hause aus gesehen. Flo hat in der Mercedes-Benz-Arena gefroren. Hallo Flo. Ja, hallo, hallo, hallo. Hast du dich jetzt langsam wieder aufgewärmt? Ja, das geht. Der Eistee hilft. Der Eistee hilft. Ja, man soll ja nicht direkt mit Hitze gegen so Erfrierungen arbeiten, ne? Ne, wenn ich mir jetzt wahrscheinlich was Warmes reinknalle, dann kann ich mir auch gleich schlafen legen. Ey, war schon wieder krass, ey. Ich finde es jedes Mal faszinierend, wenn du merkst, in leeren Eishallen, wenn da Leute sind, was da doch für eine Wärme von denen abgeht. Ansonsten stehe ich da mit Pullover und T-Shirt und das mache ich mal schon zu warm. Und jetzt permanent nur in Jacke da ich stand. Ich habe mir so einen Arsch abgefroren da. War gruselig. Das, obwohl ja einer der großen Kritikpunkte an der Arena ja immer ist, dass es da viel zu warm drin ist. Ja, also ich kann sagen, nein. Ja gut, wenn es leer ist und wahrscheinlich auch noch runtergekühlt. Ja, also genau, es war echt frostig da. Nächstes Mal einen Heizpilz besorgen. Hätte man sich eigentlich bei den Spielern erkundigen müssen, ob die Eisqualität heute das Beste war, was sie jemals sind, damit sie das Bens Arena erlebt haben. Also in dem Spiel zumindest, abseits vom Training. Stimmt, stimmt. Naja, siehst du ja, das wäre tatsächlich eine interessante Frage gewesen. Obwohl ja eigentlich alle sagen, also auch ligaweit, dass es in Berlin schon sehr gutes Eis ist. Ja, aber das beste Eis soll ja immer im Valley gewesen sein. Ja klar, naja, da ist es ja noch kälter. Da wäre wahrscheinlich die Eistappen rausgekommen dann. Apropos Valley, auch noch zum Vorgeplänkel. Hast du die DNA-Eis beim Berlin-Doku auf Magenta Sport gesehen? Nee, habe ich noch nicht geschafft, habe ich mir dann für morgen vorgenommen. Dann nach dem Einkaufen, dann nach der Schlacht, werde ich mir das dann angucken, weil ich hatte jetzt auch keine Zeit und ich wollte mir das in Ruhe und ja, ich wollte es mir einfach in Ruhe angucken. Okay, mach das mal, die ist wirklich sehr gut. Ja, also ich habe schon Feedback gehört, dass eigentlich der Grundtenor durchaus positiv ist. Und Magenta hat ja schon mal sowas gemacht, ich weiß gar nicht bei wem, aber auch so eine Doku-Art und das war ja auch schon ein Süd. Ich komme jetzt bloß nicht drauf bei wem. Ich überlege auch gerade, aber wir fährt es auch spontan nicht ein. Na, hier zum, was ja jetzt ganz groß ist, zum Rhein-Derby haben sie, glaube ich, mal was gemacht. Wo 28.000 Milliarden Rhein-Derby wieder war, da haben die... Stimmt, wo sie beide Mannschaften begleitet haben, ne? Ja. Ja, okay, ja, dann war das das. Nee, es war schon sehr gut, was sie da gemacht haben. Ist kein Heimspiel, aber ist schon sehr gut. Ja, ja. So gut. Mal kicken, mal kicken. Fährt berichten. Wie war es sonst so in der Arena heute mal, abgesehen, bevor wir zum Spielerischen kommen und ich glänzen kann? Ja, machst du nichts vor, es war spooky. Die Grundstimmung war einfach merkwürdig, schon wenn du reinkommst, dass du halt die Eisfläche gefühlt im Nichts zu stehen hast, weil die Tribünen links und rechts, also die Blöcke halt nicht rausgefahren sind, sprich, dass die Sitzplätze halt bis zum Eis gehen. Also sowohl hinterm Tor als auch an der Seite hast du halt viel Laufplatz gehabt, den du aber auch wiederum brauchst, um halt die Wege zu führen, dass da die Leute nicht auf 30-Zentimeter-Gängen aneinander frennen. Aber Grundsätze, ja, es ist immer merkwürdig, wenn keine Fans da sind. Also das war ja schon im Valley, obwohl da ein paar da waren zwischendurch, aber es ist halt einfach eine extrem merkwürdige, gruselige Stimmung. Ich habe heute ganz oben gesessen bei den Pressetribünen und wenn du dann selbst den kleinen Handwerker von neben, ganz unten, unterm Eis irgendwo hörst, wenn bei dem die Funke angeht, dann ist das echt merkwürdig. Also es fehlt einfach was. Das hat auch O'Bohr nochmal in der Pressekonferenz gesagt, dass es auch für sie komisch ist, klar. Ich glaube, so sinngemäß hat er halt gemeint, er kennt es nun aus dem letzten Jahr, wie die Atmosphäre in der Arena ist, wenn halt Fans da sind. Und jetzt ist so das komplette Kontraprogramm, also das ist auch für die komisch. Und ja, es ist komisch. Das ist das große Wort einfach. Es ist einfach super komisch, super merkwürdig. Und du merkst halt, dass dieser Sport auch einfach von den Leuten lebt, die auf den Rängen sind. Egal wie viel. Das ist ja auch, wenn du dann DNL bist, auch wenn da gefühlt nur die Familiensitz von den Spielern, kriegst du ja trotzdem irgendwie so was wie eine Atmosphäre. Und wenn dann da einfach mal 14.000 Leute fehlen, dann fehlt da einfach ganz viel. Zumal das heute ja auch so ein Spiel gewesen wäre, was enorm von so einer Atmosphäre profitiert hätte. Beziehungsweise das Spiel, also das, was das Spiel hergegeben hat, hätte ja so eine Atmosphäre auch tragen können oder auch eigentlich erzeugen können. Weil du hattest mehr oder weniger so ein typisches Saisoneröffnungsspiel. Es war noch nicht alles rund, so rein spielerisch. Es war aber auch nicht super schlecht. Du hast auf jeden Fall gemerkt, dass beide Mannschaften richtig Bock haben, Eishockey zu spielen. Du hast Bremerhaven gehabt, die sowieso ja auch immer interessant zu spielen sind. Also es ist ja immer eine Mannschaft, die auf einem sehr, sehr guten Niveau kommt, die immer gut eingestellt ist und die eine gewisse Identität haben, die auch ein bisschen sich mit Härte trägt, mit einer gewissen spielerischen Härte. Nichts Unfaires, aber schon, du merkst schon, dass du gegen Bremerhaven spielst, finde ich. Jedes Mal, wenn die kommen. Und dadurch, dass es ja nun auch viele Strafen gab und auch einige Strafen, sag ich mal, mit Fernsehwissen sagt man, ja okay, kann man pfeifen. Also mit drei Wiederholungen und super Slowmotion und so, sagt man, ja okay, das war jetzt schon ein Haken von Frank Kördler. Aber ich glaube, in der Hitze des Gefechts, in der Arena, wenn du vielleicht noch so anderthalb Bier intus hast und nach acht Monaten endlich mal wieder Eishockey siehst, dann siehst du es vielleicht ganz anders und dann wäre das, glaube ich, auch auf den Rängen super hitzig geworden. Also da habe ich es zumindest von daheim, vom Fernseher sitzenden Perspektive gemerkt. Was du zum Umbau gesagt hast, fand ich, am Anfang dachte ich, na okay, sie haben versucht, so ein bisschen das NHL-Bild zu kopieren, dass man quasi direkt am Eis dran gar nicht so sieht, dass da leere Plätze sind, dass man nicht den Eindruck hat, dass es leere Arenen sind. Aber dann kam mir schon der Gedanke, und du hast es gerade bestätigt, vielleicht haben sie es auch einfach gemacht, damit dahinter die Wege breiter sind, dass man da nicht so eng aneinander vorbeilaufen muss. Und dann, gerade in der Totalen, wenn sie so ein bisschen rausgesoomt haben, dann sah es halt schon so aus, als wenn, kannst du dich an das eine Spiel erinnern, wo der Umbau nicht ganz fertig geworden ist. Ja, ja. Ich hatte auch nach dem Spiel, nach dem Spiel mit welchen dann nochmal so drüber gequatscht. Ich meinte halt auch, also wenn du da halt von oben rauf siehst, oder was du meinst, auch aus dem TV, aus der Totalen, also wenn man gemein ist, kann man sagen, das sah halt aus, als wenn man in eine Werkhalle halt eine Eishockey-Fläche reingedübelt hätte. Ja. So durch das ganze Beton, links und rechts, Beton sieht halt immer ein bisschen trostlos aus. Ja. Wenn das einer weiß, dann hier hier. Live aus der Platte. Ja. Ja, das sah schon jetzt nicht unbedingt optisch ansprechend aus. Wir hatten ja auch zu aufgerufen, also über die Fanbeauftragten, dass die Fanclubs trotzdem ihre Banner uns geben können. Und wir hängen die in der Arena auf, wo auch einige den Weg zu uns gefunden haben und hoffentlich auch noch ein paar kommen. also Platz haben wir. Kam auch Feedback und das haben wir auch angenommen. Das war uns auch relativ schnell klar, wenn wir es dann so gesehen haben, dass der Ort, den wir uns heute ausgesucht haben, jetzt nicht ganz so glücklich war, weil das nicht so rüberkam, wie wir uns das gewünscht haben und die TV-Bilder das auch nicht so rübergebracht haben. Und wir werden dann uns auf jeden Fall was anderes einfallen lassen, damit die Banner halt regelmäßiger, öfter oder im besten Fall immer am Bild sind, dass sie dann gefühlt nicht einfach irgendwo in der Ecke rumliegen. Und das war es dann. Also wir wollen ja da auch was Vernünftiges machen. Und wir wollen ja auch zeigen, dass Fans trotzdem da sind in dem Sinne. Also mal kritisch zu sein, hätte ich es nicht über Social Media auf einem Foto gesehen, hätte ich die Banner wahrscheinlich gar nicht gesehen, weil die Perspektive, wo sie jetzt dann waren, war so selten tatsächlich im Fernsehen, dass man das da leider gar nicht gesehen hat. Nee, ohne Frage. Viele haben ja dann auch gemeint, halt den Vergleich zum gestrigen Spiel mit Köln gezogen, dass man da die Banner halt gesehen hat, ja, okay, dann bist du aber halt auch einfach bei unterschiedlichen Bauweisen. Bei Köln hast du halt, dass die Tribümen bis aufs Eis gehen und dass da unten in dem Vergleich jetzt zum Ober-, also zum Ober-Unterrang halt auch steiler ist und da die halt viel besser rüberkommen. Das war, wie gesagt, war vielleicht nicht ganz so gut gewählt, der Platz. Aber wir wollen da auf jeden Fall nachjustieren. Also das soll nicht der finale Ort sein. Und wir müssen da halt auch noch ein bisschen rumbasteln. Das hast du halt auch gemerkt. Egal bei wem, das war halt für so viele, in so vielen Sachen einfach der erste Moment, weil so ein Spiel gab es noch nie. Es gab noch nie so eine Situation. Und da sind halt einfach Sachen, die dann auch wichtig sind und vielleicht auch das eine oder andere mal wichtiger als andere Geschichten, die erstmal Priorität haben, dass du das Hygienekonzept vernünftig umsetzt, dass sich da keiner dran stößt. Das ist halt halt ein ganz großen Augenmerk. Und ja, dann vergisst man vielleicht mal oder sieht das nicht ganz so mit dem Auge, wie man es sonst sieht. Also da hast du auch gemerkt, es lief auch nicht noch überall rund. Es war gut, aber es hat hier und da noch ein bisschen gehakt. Aber okay, dann beim nächsten Mal besser und dann Stück für Stück. Und ja, vielleicht wäre es anders gewesen, wenn die zwei Magenta-Spiele gewesen wären, hätten wir da schon mal rumbasteln können. Aber gut, dann sei es so, dann ist es halt Lehrgeld, was man bezahlt, in dem Sinne. Und dann ist es gut. Wie wir ja letztens gelernt haben, Geld ist teuer, ne? Ja. Dann lass uns mal aufs Spiel schauen. Ja, auf jeden Fall. Du hast ja schon getwittert, du schreibst vielleicht keinen Bericht dieses Jahr über das Powerplay. Also ja, könnte mich natürlich auch lügenstrafen, diese Aussage. Ich finde es schon sehr optimistisch beim ersten Spiel. Und das aus deinem Munde oder aus deinen Fingern, ey. Ja, tatsächlich. Aber das Powerplay, was man heute sehen konnte, war tatsächlich sehr, sehr gut. Gerade die erste Formation, was ich so auch lange nicht von den Eisbänden so gesehen habe, dass es immer, wenn sie in Überzahl spielen durften, kamen immer die Sängerli, Foucault, Fiore, White und Markiernen in Formationen aufs Eis und hat quasi die ersten Minuten oder die erste Zeit, den ersten Wechsel im Powerplay bekommen. Und die hatten sehr, sehr viel Zeit in der Zone. Die haben sich sehr schön in die Scheibe zurecht gespielt und haben auch zwei Tore erzielen können. Ja, das erste Tor von Chris Foucault für die Eisbären, was eigentlich genau das Tor war, was Fetzi zum Beispiel auch in seinem Video, was er gemacht hat auf Twitter. Den Gedanken hatte ich auch sofort das Video gesehen. Ja, also es war halt genau das, also es war genau so, wie dir Foucault beworben wurde, genau das hat er mit dem Tor halt gezeigt. Aus dem rechten Halb, von der rechten Halbbande oben am Bulli-Kreis, Direktschuss in den Winkel, keine Chance. Das war dann das 1-0 vorbereitet von McKinnon und Matt White. Matt White hat dann noch zwei weitere Tore vorbereitet, noch ein weiteres Tor vorbereitet, das von Föderl, das 3-1, was dann das Siegtor war und hat selber das zweite Powerplay-Tor geschossen, was auch sehr schön vorbereitet war und da kommt der zweite Spieler rein, der genauso wie beworben mit Marc Sengali, wo wir ja hier auch schon besprochen hatten, dass Marc Sengali im Powerplay ein Großteil seiner Punkte in den letzten oder in seinen beiden bisherigen DEL-Saisons hat er einen Großteil seiner Punkte im Powerplay gemacht und davon halt auch nochmal einen erheblich großen Anteil der Punkte waren dann auch noch Vorlagen, also Powerplay-Vorlagen und da hat er Matt White sehr schön gesehen, der dann auch direkt geschossen hat, war gar kein so einfacher Schuss, hat man dann auch erst in der Wiederholung gesehen, dass White dann noch seine Körperposition ein bisschen anpassen musste um den Schuss dann tatsächlich reinzukriegen, aber auch der war ein perfekter Strahl, Kombination für Föder als Tor sah auch wunderschön aus, am Ende wurde es dann nochmal ein bisschen eng, aber ich fand eigentlich so im Gesamten wäre es vielleicht nicht unverdient gewesen, wenn es in die Verlängerung gegangen wäre, weil Bremerhaven über Strecken, gerade im ersten Drittel fand ich Bremerhaven schon deutlich stärker eigentlich, da auch ein Riesensave von Niederberger, wo er das linke Pad noch so rausbekommt, Niederberger generell auch stark gewesen in dem Spiel, fällt mir jetzt noch sonst was spontan ein, ansonsten fand ich die Eisbären eigentlich gut, wie sie sich über das Spiel entwickelt haben und dann auch immer wieder selber Akzente setzen konnten, spielerisch halt wirklich auch was zeigen wollten, hatte ich das Gefühl, also dass sie spielerisch mehr drauf haben als das, was sie zum Beispiel im Magenta Sportcup gesehen haben und das alles ja auch in einer Mannschaft, die ja schon auch etwas minimiert war jetzt noch durch wahrscheinlich Covid-19 infizierte Spieler, die heute noch nicht dabei waren oder halt durch Verletzungen, die jetzt sich noch übertragen haben oder wo Spieler jetzt nicht rechtzeitig fit geworden sind. Aber John Ramage war zum Beispiel dabei, den fand ich stark. da fand ich nicht so schlecht. Ja, du wolltest was sagen? Entschuldigung. Nee, alles gut, alles gut. Nee, ich wollte nur sagen, halt auf Grund im Kader, du hast dann mehr oder weniger nur mit drei Reihen gespielt. Ja, man hat schon nur mit drei Reihen gespielt, weil Händel hat da einen Wechsel gehabt und Reichel hat nur, ich glaube, fünf Minuten oder so Eiszeit gehabt. Ja, genau so und Bremerhaven war ja dann doch schon mehr oder weniger mit vieren da. Nee, aber das stimmt, so das hast du zum Anfang schon gesehen. Du hast so, also das fand ich halt wiederum, um vielleicht so ein bisschen einen Punkt reinzubringen, der mir so ein bisschen, ja, nicht negativ, aber der halt aufgefallen ist, der aber vielleicht auch einfach Grund dessen, dass halt jetzt auch eine gewisse Quarantäne-Zeit war und ein paar Trainingseinheiten da zu fehlen. Du hast schon gesehen, zu einem nach hinten raus zum Spiel, dass die Beine ein bisschen schwer geworden sind. So hier und da, vor allem im Powerplay hat mir so ein bisschen der Speed gefehlt. Da ist man schon so ein bisschen ins Drittel reingeglitten. Ja, aber alle Sachen, die man ausbauen kann. Also wie gesagt, also die erste Powerplay-Formation, wirklich, wenn du überlegst, dass das eigentlich zu 90 Prozent alles die neue Zugänge sind, die noch gar nicht so lange in Berlin sind und dadurch halt nicht so viele Trainingseinheiten hatten schon so gut und so schnell auf dem Level, wo wir uns jetzt gerade befinden, harmonieren. Also macht das echt Bock und kann gut werden für die kommende Zeit auf jeden Fall. Aber halt auch generell so die erste Reihe auch mit Fuku, Zengerle und hier Giovanni, die hat mir auch super gefallen. Die fand ich richtig, richtig gut. Da ist immer irgendwas auf dem Eis passiert. Das wollte ich gerade sagen. Ja, es kam immer irgendwie zu einer Torchance, egal ob es jetzt schön war oder nicht, aber der Puckgang ist immer irgendwie aufs Tor gegangen von Bremerhaven. Es wurde immer irgendwie gefährlich. Das hat echt Bock gemacht, den zuzuschauen. Also, ja, nee, ich hatte zum letzte Drittel, genau, Hälfte ungefähr, hatte ich schon gesagt, wo es noch 2-1 stand. Okay, wenn jetzt nicht das dritte Tor kommt, dann habe ich ein bisschen Schiss vor einer Obertime, weil da halt so die Phase war, wo Bremerhaven nochmal die zweite Luft gekriegt hat und ins Laufen gekommen ist und Druck gemacht hat auch. Aber dann kam ja das 3-1 und ja, das 3-2 vom Bulli weg durchs Getümmel und dann war es auch schwer für Niederberger, den auch rechtzeitig zu erwischen. Kriegst du dann halt. Aber dafür haben sie es hinten raus dann auch gut runtergespielt. Ja. Ich wollte, ich hatte tatsächlich den, kurz vor dem 3-1 hatte ich schon angefangen auf meiner Notiz so zu schreiben, dass die Neuzugänge, dass die Zugänge, also die, die du gerade auch angesprochen hast mit Foucault, Sengali, Fiore und White, dass die so vorangehen und dass die viel zeigen und so Action machen. Und dann wollte ich so schreiben, aber was ist denn mit den gestandenen Spielern oder mit den Leistungsträgern von der letzten Saison, die jetzt dabei sind? Und wollte so Föder, Olver so dazu schreiben und das waren ja dann, die beiden waren ja auch an dem Tor von Föder, also Föder hat das Tor geschossen und Olver hat es mit vorbereitet. Aber da habe ich mich dann so gefragt, wo, also bis zu dem Zeitpunkt oder also ab dann in dem Moment überlegt so, wo waren die denn jetzt so im Spielverlauf so. Weil es könnte natürlich gefährlich werden, wenn die erste Reihe natürlich, also wenn das jetzt so eine Mannschaft wird, die nur so aus der ersten Reihe und wenn man die neutralisiert, dann passiert dahinter nichts. Was wahrscheinlich mit Nöbels im Kader dann eh nochmal eine andere Qualität bekommt. Aber ja, es zeigt auf jeden Fall, also ich meine, wir haben Fiore, Foucault und White haben wir ja im Magenta Cup auch noch gar nicht gesehen. Und Sengali blieb ja mehr oder weniger ein bisschen blass. Ich meine, es war jetzt auch nur ein Spiel und es war für Sengali vor allem das Spiel gegen seine Ex-Mannschaft, was ja auch nochmal eine zusätzliche Motivation mit sich bringt. Aber ja, es hat schon Bock auf mehr gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und wenn man vielleicht bedenkt, dass Bremerhaven der beste Gegner aus der Gruppe werden könnte, waren das ja auch keine, waren das ja auch nicht ganz unwichtige Punkte. Nee, auf jeden Fall. Und du hast ja glaube ich auch erst mal, ich kann mir halt auch vorstellen, dass halt diese Spiele jetzt aus dem Magenta Cup halt tatsächlich auch einfach in den Köpfen sind und dass das auch für die Ja, das auf jeden Fall, ja. Da halt auch für die Spieler jetzt gut war, okay, scheiße, wir können doch noch gewinnen und gutes Hockey spielen. Ja. Ich glaube, das hätte eher auf die Moral nochmal gedrückt, wenn du heute nochmal auf den Sack gekriegt hättest. Ja. Dann wäre es, glaube ich, ein echt schwerer Weg gewesen oder generell eine schwere Woche. Aber so, ja, guter Start. So ein guter Start, kannst du nicht sagen. Interessant fand ich ja als erster Vorsitzender des Sebastian Streu Fanclub Berlin e.V. Ach, mit einmal wieder, ja. Nee, war ich schon die ganze Zeit. Aber du hast mir die Aufstellung geschickt und dann stand da Streu als Center der zweiten Reihe drin. Mhm. Da habe ich schon gedacht, das kann ja nur ein Fehler sein. Und mal gucken, wie lange sie das so durchziehen. Aber sie haben es tatsächlich gut durchgezogen. Ja. Sängerli, Streu und Olver waren die drei Center und die haben da schön durchrotiert. Streu hat auch, fand ich, gar nicht so schlecht gespielt. Nicht so wirklich, also nicht so auffällig wie jetzt Matt White, der mit drei Punkten aus dem Spiel gegangen ist. Aber schon okay. Und die dritte Reihe war auch in Ordnung. War halt so die Arbeiterreihe, ne, mit Olver, Labrie und Tuomi. Ja, genau. So, das hast du halt gesehen. Das war halt so klassische Aufteilung. So, Labrie, der halt den Körper mitgebracht hat. Tomi, der hier und da und überall war. Und Olver, der hat versucht halt gut, im richtigen Moment gut zu stehen. Ja. Und irgendwie den Abschluss gesucht. So, den hatte ich, das war aber mehr so unterbewusst, irgendwie ein bisschen eher drauf geguckt, was der heute so macht. Das ist mir jetzt erst auf dem Heimweg so bewusst geworden, dass ich da irgendwie ein Faible heute für ihn hatte. Er hat halt, was mir halt aufgefallen ist, ist halt, der hat, der war sehr präsent auf dem Eis. Also nicht mehr dieses, dieses Spielerische, ähm, wo er, wo er gute Szenen macht, sondern einfach halt auch so die kleinen Sachen. Der hat viel gequatscht, der hat ständig irgendwie zwischen Bank und wo Ramage auf der, auf der Strafbank saß, hat er mit Ramage mit einmal gequatscht, bevor die Sekunde runter war. So, also der war sehr, sehr präsent. so, das war schon, hast du, also ich hab dann so irgendwann Gedanken, oh, Liederrolle gefunden, okay, cool. Ja. So, also das fand ich auch nochmal einen Unterschied zu den anderen Spielen und aus, vor allem von der letzten Saison gesehen, nochmal, wenn man da den Vergleich sieht, so, dass da jetzt wo Ena ist oder vielleicht bei ihm jetzt, er sagt, okay, dann mach ich jetzt hier den Lieder oder versuch es zumindest einer von denen zu sein. Also das wäre nur gut. Weil du vorhin die Strafen angesprochen hast, die so ein bisschen waren vielleicht hier und da mit dem 28. Zeitlupe, kam es mir nur so vor oder wurde heute jeder Schläger, der aus der Hand gefallen ist, mit einem Stockschlag gepfiffen? Also das fand ich heute sehr präsent. Kam dir glaube ich nur so vor. Echt, ja? Ja, also fand ich jetzt nicht so. Also es war, also wie ich vorhin gesagt habe, wenn man mit Zeitlupen wissen und so kann man schon sagen, dass eigentlich an der Schiedsrichterleistung heute wenig zu meckern war. Vielleicht ein bisschen, also zum Beispiel das Haken gegen Hördler. Falls du dich da dran erinnern kannst, was ja an der gegnerischen blauen Linie war. Es war halt einfach. Selbstverständlich, ich habe es vor Augen. Ja, ich habe es halt nur vor Augen, weil ich damit genau dazu halt den Punkt aufgeschrieben hatte. Aber das war zum Beispiel so eine Situation, wo Hördler nicht unbedingt hin muss. Also er wollte ja glaube ich einen Check ansetzen. Der Spieler dreht sich noch weg. wo er ja nicht zwingend hin muss und dann gibt er dem Schiedsrichter dann nicht wirklich eine Option, da keine Strafe zu geben, weil er sich dann halt so sehr committet, dass er, ne, also, dass der Schläger halt am Gegner kleben bleibt und Hördler da halt noch, also jetzt müssen wir aber auch beide umfallen und es war dann halt so, ja okay, da musst du halt die Strafe geben. Natürlich kann man drüber diskutieren. gibt es vielleicht auch Spiele, wo das nicht gepfiffen wird, aber ich fand, ich fand es wirklich okay heute. Da war, war jetzt nicht irgendwie zwingend was dabei, man, wo man sich hätte drüber aufregen müssen und es war ja am Ende auch nicht wirklich spielentscheidend. Also wenn dann nicht, dann hätte wahrscheinlich Bremerhaven eher noch die, äh, die, die, äh, Berechtigung, sich darüber zu beschweren. Nee, das stimmt, das hast du das Gefühl, hast du nicht gehabt, dass irgendeine Strafe entscheidend jetzt Führwart war oder irgendwie zu einem Tor geführt hat. Also das auf gar keinen Fall. Was ich halt auch noch interessant finde, weil du gerade Hördler ansprichst, ist halt auch sein, sein Breakaway, den er gefahren ist. Ja, von der Strafbank runter, das war direkt danach. Ja, okay, aber wurde dann so gesehen, dass da, okay, äh, darum spielst du die letzten 15 Jahre Verteidiger. Haben dann so die letzten 10 Zentimeter gefehlt, aber okay, alles gut. So eine Sache müssen wir noch besprechen. Jetzt. Den Deckel drauf machen, du kannst es dir wahrscheinlich denken. Überrasch mich. Naja, den Gawank der Woche müssen wir noch machen. Den Gawank der Woche. Kriegen wir dafür ein extra, äh, Intro oder sowas? Ja, Gawank der Woche. Nein. Ich fand's, ich fand's spannend, dass er mit Ramage in einem Paar gespielt hat, beides Rechtsschützen, das fand ich spannend, auf der einen Seite, dann hat er sehr viel Unterzahl gespielt, wo ich ja noch gesagt habe, da sehe ich ihn eigentlich erstmal nicht, aber zur Entwicklung und natürlich Jonas Müller hat gefehlt, was sich dann ja da auch bemerkbar gemacht hat. Aber eigentlich wollte ich den Gawank der Woche diese Woche an Erik Mick geben. Oh, okay, okay. Weil Erik Mick nämlich auch Unterzahl gespielt hat und auch viel Eiszeit bekommen hat tatsächlich. Im zweiten Drittel gar nicht so viel, aber im ersten und dritten Drittel hat er viel gespielt und er kam am Ende so auf knapp 10 Minuten Eiszeit. Ne, das stimmt, er war sehr viel auf dem Eis, aber das kann auch nur damit zu tun haben, weil ich das Spiel halt anders gesehen habe als du. Ich fand ihn in manchen Situationen dann doch ein bisschen aufgeregt und dann hier und da hast du dann vielleicht gesehen, dass ihm so das Fünkchen, ja, also diese Kaltschnäuzigkeit oder wie man es nennen mag, so ein bisschen viel, da hat er irgendwie manchmal so ein bisschen hektisch einen Eindruck gemacht und hat auch den in oder anderen Puck halt ungünstig verloren. Das war halt so tatsächlich das Einzige, aber gut, ja, meine Fresse, so der Junge ist Anfang 20, ist das gut? Ja, eben. Eben, naja, gut, hier, Gewanke der Woche, ja, auch schön. Hoffentlich vergessen wir das auch nicht wieder. und machen nächste Woche irgendwas anderes. Ich hoffe nicht. Wollen wir den nächsten Sendungstermin schon verkünden? Hast du den im Kopf tatsächlich? Du bist schon ganz schnell raus. Ja, na, wir haben ja geguckt, wir haben uns ja den Spielplan mehr oder weniger angeguckt und unsere Idee war ja tatsächlich, also war ja prinzipiell auch erstmal wieder nach jedem Spiel dann so einen kurzen Wechsel zu machen, was dann aber auch vielleicht einfach ein sehr groß gestecktes Ziel ist aufgrund unserer Dienstpläne. Ja. Dass wir das vielleicht nicht immer abdecken können und wir uns jetzt eigentlich darauf geeinigt haben, dass wir einmal die Woche hier so einen kurzen Wechsel machen. Genau. Und die Spiele ansprechen oder über die Spiele sprechen, die halt in dieser Zeit stattfinden, was ja auch ein Wechsel ist. So mal ist es ein Spiel, mal sind es zwei, mal sind es drei Spiele, je nachdem, was kommt. Aber dass wir das eigentlich so im Wochenrhythmus machen wollen. Also bekommt ihr dieses Jahr noch einen kurzen Wechsel zu hören. Dann halt zwischen den Feiertagen gehe ich mal von aus. Da finden jetzt nochmal zwei Spiele statt. Einmal gegen Wolfsburg, dann gegen Krefeld. Und ja, nach Krefeld sollten wir nochmal schauen, dass wir da noch einen kurzen Wechsel zustande bekommen. Flo, ich bedanke mich und wärme dich jetzt schön auf und wir hören uns dann die nächsten Tage. Bist du denn jetzt so sensibel? Ist das diese Weihnachtssache? Das ist diese Weihnachtssache. Ich wollte jetzt auch unseren... Du bist verarscht, ey. Wenn das du dich mal bedankt bei mir jetzt. Ehrlich. Das war der fancy kurze Wechsel. Er bedankt sich halt ja auch immer bei seinen Gästen, aber du bist ja gar nicht Gast in deinem eigenen Podcast. Ich wollte nur sagen, danke, dass ich noch dabei sein darf. Jetzt werde ich hier auch noch aussortiert, oder was? Oh Mann, ey. Ja, also wir wünschen dir viel Erfolg auf einem weiteren beruflichen Weg. Ja. Wir bedanken uns für die Zeit, die du hier warst. Ja, tschüss. Du wirst uns immer ein Herzen werden. Ich wollte hier auch schon immer einen Podcast machen. Weißt du, das ist die schönste Stadt. So mit den besten Zuhörern. Oh Mann, ey. Habe ich es doch wieder geschafft. Kannst du jetzt mal den Hörerinnen Tschüss sagen? Tschüss. Vielen Dank fürs Weihnachten, Feiertage und so. Haben wir ja schon alles gesagt. Ich habe ja meinen Monolog schon erhalten. Passt auf euch. Bevor Tom jetzt keine Luft mehr kriegt, machen wir Feierabend. Wir machen jetzt Feierabend. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns, wo ihr uns folgen könnt. Habt schöne Feiertage. Genießt die Zeit, auch wenn es aktuell etwas schwieriger ist als sonst. Aber wenn wir das gut überstehen, dann können wir auch bald wieder einen großen Kreis in Weihnachten feiern. Bleibt gesund, tragt eine Maske und bis zum nächsten kurzen Wechsel. Tschüss. Ciao. Hauptstadt Eisner geht in der Blog. Diese machen gute Sachen. Sind gut.